Der Nachtwind durch die Luken pfeift, Und auf dem Dachstublager zwei arme Seelen Gebettet sind, sie schauen so blaß und mager. Die eine arme Seele spricht, Umschling mich mit deinen Armen, An meinen Mund drück fest deinen Mund, Ich will an dir erwarmen. Die andere arme Seele spricht, Wenn ich dein Auge sehe, verschwindet mein Elend, Der Hunger, der Frost, Und all mein Erden wehe. Sie küßten sich viel, sie weinten noch mehr, Sie drückten sich seufzend die Hände, Sie lachten manchmal und sangen sogar, Und sie verstummten am Ende. Am Morgen kam der Kommissär, Und mit ihm kam ein braver Chirurgus, Welcher konstatiert den Tod der beiden Kadaver. Die strenge Witterung, erklärte er, Mit Magenlehre vereinigt, Hat beide Ableben verursacht, Sie hat zum mindesten solches beschleunigt. Wenn Fröste eintreten, Setzt er hinzu, Sei höchst notwendig Verwahrung durch wollene Decken, Er empfahl gleichfalls gesunde Nahrung. Der Nachtwind durch die Luken pfeift, Und auf dem Dachstublager zwei arme Seelen gebettet sind, Sie schauen so blass und mager, Soweit so einfach, Zwei Personen in unwürdigen Wohnverhältnissen Und schlechter körperlicher Verfassung. Die eine arme Seele spricht, Umschling mich mit Deinen Armen, An meinen Mund drück fest Deinen Mund, Ich will an Dir erwarmen. Das kann auf den ersten Blick als sprachliches Bild, Als Metapher missverstanden werden, Aber diese arme Seele friert wirklich, Und nur der andere Körper ist auf diesem Dachstublager Wärmequelle. Die andere arme Seele spricht, Wenn ich Dein Auge sehe, Verschwindet mein Elend, Der Hunger der Frost, Und all mein Erden wehe. Die frierenden, hungernden, armen Seelen In solchem Liebeskitsch selig werden zu lassen, Ist ein hinterhältiges Spiel, Heines, Mit seinem eigenen Werk. In einem früheren Gedicht Aus dem äußerst erfolgreichen Buch der Lieder heißt es, Wenn ich in Deine Augen sehe, So schwindet all mein Leid und Weh, Doch wenn ich küsse Deinen Mund, So werde ich ganz und gar gesund. Was hier wirklich poetisch-bildhafter Ausdruck für Liebeskrankheit ist, Die mit einem Kuss geheilt werden kann, Ist in dem späteren Gedicht echtes physisches Leid. Heine spielte also mit seiner eigenen Berühmtheit, Damit, daß die Leser von Jammertal Seine frühe Liebeslyrik noch gut im Ohr haben. Sie küßten sich viel, Sie weinten noch mehr, Sie drückten sich seufzend die Hände, Sie lachten manchmal und sangen sogar, Und sie verstummten am Ende. Dieses selige Verhungern im Ton von Liebeslyrik wird also zu einem Angriff auf die gebildeten Stände, Heines früheres Publikum, Und zwei ihrer Vertreter betreten jetzt die Bühne. Am Morgen kam der Kommissär, Und mit ihm kam ein braver Chirurgus, Welcher konstatiert den Tod der beiden Kadaver. Der Ton hat sich völlig geändert, Eine Satire auf Fachlichkeit und Sachlichkeit, Ein braver Chirurgus, lateinische Wortendung, Konstatiert, ein distanzierendes Fremdwort, Den Tod der beiden Kadaver, Ein menschenverachtender Ausdruck, Der Tierleichen bezeichnet. Nicht, daß der Chirurgus diesen Ausdruck gebraucht hätte, Aber so kommen ihm diese beiden Toten Aus ärmsten Verhältnissen eben vor. Das Enjambement in braver Chirurgus Zerstört jetzt auch ganz den bisher vorherrschenden Volksliedton. Auch die folgenden Strophen werden von Enjambements beherrscht. Die strenge Witterung, erklärte er, Mit Magenlehre vereinigt, hat beide Ableben verursacht, Sie hat zumindest solches beschleunigt. Ein Vereinssatzungsdeutsch, mit dem der Chirurgus Verhungern und Erfrieren benennt. Wenn Fröste eintreten, setzt er hinzu, Sei höchst notwendig Verwahrung durch wollene Decken. Er empfahl gleichfalls gesunde Nahrung. Mit anderen Worten, hört auf mit eurer Armut, Dann geht es euch auch besser. Armut zur Unfähigkeit zu erklären oder sie gar zu kriminalisieren, Dies war typisch für die frühindustrielle Zeit. Aber wir brauchen uns nur umzusehen, Um immer und überall diese Tendenz zu bemerken. Armut erzeugen, um sie dann zu kriminalisieren. Armut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.